ARD Text im Auftrag von Funk Was, was, total safe, oder? Ah, da ist noch einer, hi! Ja, das ist, das ist Peter. Das ist Betsy. Betsy? Da war Peter der andere. Oh, das ist nicht der richtige Weg! Oh, da ist ein Gas! 2 Oh, 2, ja. War das, war, war das der Weg? Das war die Sackgasse. War das, war das der Weg hier zurück? Hi, na. Ah, wir sind von hier gekommen, guck mal. Oh, er hat den anderen getötet! Ah, er hat nur verletzt! Nicht getötet, nicht getötet, nicht getötet! Dann schießen die sich gegenseitig. Komm runter, Mann! Sicher? Ja! Hallo! Riss mein Netz ab weg! Stirb! Stirb, du Elend! Hallo! Willi! Wir haben ein Problem! Findest du? Ja! Wie kommst du da rauf? Das war hier unser Ausgang, guck mal hier! Danny, wollen wir einfach laufen? Oh, nein! Noch nicht laufen! Noch nicht laufen! Bin laufen doch nicht! Wollen wir einfach laufen? Wollen wir uns ausloggen? Eine Stunde warten und dann wieder ankommen? Vielleicht ist er dann weg? Nein! Wir loggen uns ja nicht aus. Das macht die Spanne weg. Ich habe eine gute Idee. Ich gebe ihnen einen Eimer. Du hast dich aufgesammelt! Jetzt sind sie sauer auf dich! Du hast die Götter verhuldet! Ich friss mein Nether-Rack! Da! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Mein Eimer! Den will ich haben, Mann! Der ist viel wert! Der ist viel wert! Ich weiß jetzt, wenn die die macht über das Feuer! Feier! Feier! Ich bagger alle an! Okay, wir laufen am besten! Weißt du, in welche Richtung? So! Weißt du, woher lang? LOL! Der hat unser Bier kaputt gemacht! Egal, lauf einfach! Den die lauf einfach! Wir müssen jetzt hier laufen! Wir können nicht anders weg! Er ist nach Hause gegangen! Es gab Essen! Hab dich angelogen! Komm! Hier ist es wieder safe! Mega! Oh Gott! Stereo-Viecher! Wo ist er auf der Weg? Weiß es nicht! Guck gerade! Oh Gott! Da bin ich! Da warst du wieder hinter mir! Mega safe! Oh Gott! Wir können versuchen! Ja, aber wir wissen nicht mal, wo wir lang gehen müssen! So! Es ist weg der... Nee, der weg der war! Das war ja auf keinen Fall der Weg! Oh Gott! Er kommt! Er kommt! Er kommt, Danny! Er kommt! Oh Gott! Er kommt hier! Nein! Nein! Oh Gott! Hallo, Danny! Ich weine! Siehst du ihn? Nee! Ich baue ja zu! Das war nur... Das war nur... Das war nur ein Zool-Pigman! Wie hast du ihn genannt? Zool-Pigman? Ja! Ein Zool-Pigman, ja! Der Zool-Pigman, ja! Der Zool in der Stimme! Wie du da hinbaust! Damit du dich aufhörst! Schiffen! Ja! Ja! Ja, weißt du... Kannst du das sehen! Oh! Er kommt näher, glaube ich! Er macht mir nieder als der andere! Okay, ich geh! Oh Gott! Er hat nicht gesehen! Er hat nicht gesehen! Ich geh in meine Ecke! Das ist echt ein guter Schlafschutz! Mein Sicherheitsraum! Wann du? Nein! Wo müssen wir eigentlich hin? Pickman, stirb! Egal! Ich bin jetzt... Hier! Du wohnst dir! Hierronimo! Okay, ich geh' wieder zurück! Tschüss! Okay, ich geh' keine mehr! Ich geh' nur noch einen! Ich geh' nur noch einen! Okay, ich geh' mehrere! Da ist der da! Da sind die da! Oh Gott! Wir sind alle! Komm nachher! Oh Gott! Ja, komm! Ja, komm her! Ja! Was? Ich sehe keinen Ball fliegen! Ich auch nicht Äh Danny Was machst du da? Ich feier ab ihn Das sieht nicht so aus Geh Geh Boah das war knapp Ne 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 Danny 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 Alter was ist das alles scheiße hier Ich verjag ihn ich verjag ihn Ach ne doch nicht Das war so klar Wo ist er hin Ich glaube er hat Angst gekriegt Ja Wir haben ihn verjagt Er ist weg Geil das funktioniert Das ist echt Super funktioniert Wow Jetzt schnell Wohin Einfach durch Ich sag das funktioniert Wow Leute da Ne jetzt war ich wieder weg Alter Ich ja Keine Ahnung Dann lass es Oh Dove Idee Hast du gesehen Ja Hat er uns auch gesehen Ja Willi ich hab den Weg Wo Da rein in das Loch Du guckst du dich gerade Nein Ich seh dich Komm her Ist der Weg Bö Ich komm nicht raus Doch hier ist ein Ausgang Oh schön Das war ja wahnsinnig erfolgreich Dieser Weg Jetzt warte mal ein bisschen höher Jetzt stehen wir über dem Gas Wir müssen doch wissen Wobei er kommt Noch weiter hoch Ne oder Ich komm mal wieder unten rumschwirken Jetzt war es Dark Wie so ein weißer Hai Willi ich brauch dein Zeug Ich sag jetzt fast alle Mittlerweile Meine sind schon alle Gut Das war nicht der Weg Wo wir herkommen Wir sind zu hoch Denn wir müssen glaube ich tiefer Oder Er hat seine Augen raus gestreckt Willi wo bist du Ich bin hier bei den ganzen Pigments Ja bleib mal mit dem Loch am besten Dann Da ist gerade ein Pigment gespawnt Vor meinen Augen Ich bleib ja Ich bin hinter dir Alles klar Ey das hab ich noch nie gesehen Hier alles Das ist richtig so Es muss so sein Komm mit Er ist Sorge Willi Ich kenn den Weg Hier waren wir noch nie Doch Nein Doch Nein Das war nicht von uns Okay Ich hab keine Ahnung wo wir sind Ich schon Aber ich weiß nicht auch Wie wir hierher gekommen sind Nein Wollte ich sagen Wir sind durch ein Portal gegangen Und haben uns verirrt Ja Gute Idee Noch zwei Zweifel Zweifel Fleisch Gut Ich hab noch 26 Wo bist du hier hin Ich hab ein Stift gefunden Echt Ja Stimmt Aber das sagt mir gar nichts mehr Aber wenn da ein Stift ist Dann finden wir den Rest des Reis Da ist auch ein Stift Ich weiß wo wir sind Nice Wir haben es nicht verloren Ich weiß noch nicht welchen Stift wir folgen müssen Dem oder hier Dem da hinten glaube ich Würde ich eher sagen Ach nein Ach hier war das mit den Steins oder war das hier Ja 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 genau Und da ist mein Kackstift Der Penis Ja Ne Kackstift Der Kackpenis Ne das war hier nicht Das war doch Das muss hier gewesen sein Aber das kann gar nicht sein Hier oben war das denn Das war oben Stimmt Letztes Mal bin ich auch hier reingegangen Und hat mit dem Wunder Ja stimmt Das war ja nicht Äh Dies war es doch Ne Sicher ist es doch unten Ah Es war doch hier Ne es war hier Ne Doch es war doch hier Nein Ich hoffe einfach nach Hause Tschüss Ne es war nicht der Weg Das ist doch mein Weg Wo bist du Ja Es war nicht der Weg Wenn du baust ist es schon falsch Wir sind jetzt mal auch hin und zurück gelaufen Dann weiß ich den anderen Oh Gott essen Hier Willi Ja Du kriegst immer die angebüsten Stücken von mir Ah sehr gut Ich mag dir so nicht so selbst kauen Das ist zu anstrengend Angebissen nicht durchgekaut Achso Ne mag ich es doch nicht Ich glaube nicht dass es hier war Ey wir verlaufen uns Wir verlaufen uns schon wieder Ne hier noch Ich möchte dass du mir zu folgst ohne Fragen zu stellen Ok keine Fragen mehr Darf ich dir was sagen Nein Sind wir bei da Wir laufen ganz schön auf dem Kreis Ne ne wir laufen nicht im Kreis Das ist alles richtig so Achso ok Ich hab ein Wunder was Oh da haben wir so wieder Stifte Gut gemacht Danny Also so richtig sind war ich schon mal Aber es gibt hier keinen anderen Eingang Das muss da unten sein Das muss oben sein Habs gefunden Echt Nö Fuck da Ich habs gefunden Habs gefunden Er ist wirklich gefunden Ich auch Na gut dann gehe ich Tschüss Tschüss Danny Tschüss Oh Falschharten Ich habs gefunden Yeah Aber wo geht es jetzt hier weiter Sicher Link was wir haben uns ja rüber gebaut Ja warte da Das ist nicht der richtige Weg Doch Was hat das Sinn Wir haben ja kein Jungmann gemacht Aber vielleicht hat der Gasse geschossen Nee Das sieht so anders aus So alles voller Feuer Feufeu 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 Oh hier oben ist er noch Jetzt gehen Versuchst du da rechts da Versuchst du mit rechts Tja Niesen Tschüss So wieder da Tschüss Äh irgendwie hab ich das Gefühl Das ist nicht richtig Das ist aber Ich hab das Gefühl das ist richtig Ja Wegen dem Ding Einmal rum Einmal rum Einmal Stimmt das weiß ich noch Einmal rum Einmal her Aber warum gehen wir eigentlich zurück Wir müssen doch immer noch Veränderfestung filmen Weiß nicht Du wolltest zurück Ach ja stimmt Ich hab ja fast kein Vielleicht damit wir Orientierung finden Das stimmt ja Ich kenn mich aus Ich hab hier weiß schon mal Ja nur noch geradeaus Schneller Geht nicht Nur noch geradeaus Hast du auch leer tastiges Bad? Nee Mach fest So Lenny Feuer Feuer hier Alter ich werde fast reingelaufen Ja So ich war zu Hause Aber wieder da Ach ja herzlich willkommen Zurück Machen wir jetzt Ja ich weiß auch nicht so genau Wir haben Wir finden keine Festung Wir könnten Wir könnten natürlich jetzt Goldfarmen gehen Den Nether löschen Gute Idee Lass den Nether löschen Warte ich mach ihn aus Aus Wir opfern was Und dann wird der Nether gelöscht Ok gute Idee Ich opfer mich Ich opfer eine Steinachse Bist du zufrieden damit Lieber Nethergott Ich opfer Bäume Und den Nether Die sterben sinnlos Ich opfer den Nether für den Nether Ein gebratene Schweinefleisch Und ein Nehen Alles nicht was kriegst du nicht Ja auch mit Fleisch opfern Nicht Das ist voll wert So auf nach Hause Tja wir haben ja auch noch viel geschafft Hm Quasi gar nichts Billi Ich erteile mich jetzt Ich bin kleiner geworden Ja du warst gerade in den Boden gebackt Du bist immer noch in den Boden gebackt Cool Hallo Bist einkaufen kleiner Hallo Billi Hallo Ich steig gewesen Dein Ernst Hallo Dieser mittlere Wasserfleck der hier kaputt ist Der kotzt mich so an Ja Draußen ist dunkel Wir sollten die Aufnahme beenden Danny Ich meine Vielleicht haben wir nächstes mal wieder Ein bisschen positiven Input No Weil ich weiß ehrlich gesagt Ich hab keine Lust noch weiter im Nether rumzulaufen Schon wieder ey Same here Hallo Ihr könnt natürlich noch Ne egal machen wir nächstes mal weiter Yo aber würde ich sagen Nächstes mal fahren wir dann Gold Und dann danach gehen wir erst wieder in den Nether Weil sonst ist es auch langweilig für den Zuschauer Ja was soll man machen ey Das ist jetzt Wir müssen unbedingt eine Festung finden Ja Aber es war auch relativ spannend Mit den ganzen Gasen Von daher Ja mal gucken Mal gucken ob es spannend war Haha So viel verkehrt Ach Gott Ey Ich könnte so ausrasten Ja ich auch Thorsten ist dumm gestorben So wie Popel Und Und Popel ist dumm So wie Thorsten So wir sehen wir uns Der nächste auch nochmal wieder Tschüss Wenn es wieder heißt Danny Wilms Und Danny Aaaaaah